Auto Patsche in Felden-Bellhausen ist Ihre Werkstatt für Karosserie, Reparatur, Lackierung, Spot Repair und Fahrzeugfolierung. Auch bei Hagelschäden sind Sie bei uns an der richtigen Adresse. Wir garantieren Ihnen bei jeder Reparaturmobilität und erledigen Ihren Auftrag professionell, zuvorkommend und kompetent. Durch unsere technische Expertise und die Qualität der Produkte und Ausrüstung können wir unsere Reparaturen garantieren. Diese werden nach Automobilhersteller-Vorschriften durchgeführt. Wir arbeiten zusammen mit den Versicherungen und kümmern uns um die ganze Schadenabwicklung. Wir engagieren uns für Sie. Aufgrund der Erfahrung unseres Teams, das auch alternative Arbeitsvorgänge beherrscht, können wir spezielle Lösungen anbieten, wie die Reparatur von Windschussscheiben und Kunststoffteilen anstelle der Verwendung von neuen und teuren Ersatzteilen. Oder Reparaturen von Autos ohne nachträgliche Lackierung. Mit der Marke DuPont bieten wir Ihnen höchste Qualität. Unser Ziel ist es, unseren Privatkunden, den Versicherungen, Leasing- und Flottenpartnern einen echten Fünf-Stern-Service anzubieten. Ihr Fahrzeug ist bei der Karosserie Autopatsche in Felpenwellhausen in besten Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017